Um weitere Clips zu meiner Auswahl hinzuzufügen, brauche ich nur die Command-Taste gedrückt halten und weitere Clips anklicken. Will ich diese Auswahl importieren, drücke ich daraufhin einfach nur den Auswahl importieren Knopf. Hier ist allerdings der entscheidende Unterschied zum Import vom Finder, worauf wir gleich noch kommen. Dieser Unterschied gilt im Übrigen auch im gleichen Maße für den Import von Archiven, die ich angelegt habe. Und zwar, dass ich auch nur eine bestimmte Auswahl innerhalb eines Clips, auch nur ein Teil des Clips für den Import auswählen kann. Dazu klicke ich erst einmal außerhalb des Clips, um die bestehende Auswahl aufzuheben oder Alt klicke auf eine bestehende Auswahl, um sie zu löschen. Jetzt brauche ich nur an die Stelle eines Clips mit der Maus zu fahren, wo meine Auswahl beginnen soll und drücke einfach die I-Taste, um den Anfang oder auch Innenpunkt meiner Auswahl zu bestimmen und am Ende des Bereichs die O-Taste für den Outpunkt. Man kann die Auswahl auch nachträglich mit einem Klicken und Ziehen an den Kanten beliebig erweitern oder verkleinern. Nun haben wir aber im Gegensatz zu jeder anderen Schnittsoftware, die ich kenne, die Möglichkeit auch mehrere Auswahlbereiche zu definieren. Einfach durch Drücken und Halten der Command-Taste. Gehe ich also im gleichen Clip an einer anderen Stelle, kann ich durch Drücken der Command-Taste und Ziehen beliebig viele weitere Auswahlbereiche aufziehen, wobei ich dabei eine Anzeige erhalte, die mir die Dauer der neuen Auswahl auch anzeigt. Wie man sehen kann, bleiben alle anderen Auswahlbereiche nur etwas abgeschwächt neben der momentan aktiven bestehen, bis ich die Maus loslasse. Daraufhin werden wieder alle aktiv. Will ich übrigens lieber eine weitere Auswahl per Tastatur treffen, kann ich diese mit Command-Shift-I und Command-Shift-O bestimmen. Klicke ich irgendwo außerhalb des Clips oder sogar auf einen anderen Clip, bleibt die Auswahl bzw. die Auswahlen bestehen. Sie werden nur inaktiv. Klicke ich irgendwo außerhalb der Auswahlbereiche auf den Clip, werden alle wieder aktiv. Möchte ich eines der Bereiche wieder löschen, brauche ich nur mit gedrückter Alt-Taste auf die jeweilige Auswahl klicken.